Ausgewogene Ernährung ist wichtig, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere vierbeinigen Freunde. Bei LicoNature steht das Wohl ihres Tieres im Vordergrund. Wir finden mittlerweile viele Erkrankungen auch bei unseren Haustieren, die wir eigentlich nur von uns Menschen kennen. Das liegt oft an Fehlernährung und schlechtem oder ungeeignetem Futter. Die Lösung dieses Problems liegt bei Hunden fast immer in einer Umstellung der Fütterung auf die natürlichen Futterstoffe und die Rohfütterung, das Barfen. Und darin sind wir von LicoNature die Experten. Wir von LicoNature sind Hersteller von natürlichem und ehrlichem Heimtierfutter. Deswegen bieten wir Ihrem Haustier das, was es braucht. Natürliches Futter ohne synthetische Zusatzstoffe. Wir verwenden ausschließlich ausgewählte Zutaten, die von uns persönlich überprüft werden. Unser bestes Barf aus Rindfleisch bekommen Sie selbstverständlich auch in ausgezeichneter Bioqualität. Was uns außerdem besonders macht, wir stellen für Sie sämtliche Produkte in unserer hauseigenen Produktion in Gelsenkirchen her. Mir und meinem Lico-Team liegt die Gesundheit des Tieres sehr am Herzen. Deshalb verzichten wir in unserer Produktion auf sämtliche künstliche Zusatzstoffe und Füllstoffe. Unser Barf, unsere Fleischkonserven und unsere Trocken-Snacks werden alle in unserer eigenen Fleischerei hergestellt. Denn nur so halten wir die Qualität in unseren eigenen Händen. Unser Ziel ist es, Ihnen und Ihrem Tier das bestmögliche Futter für eine artgerechte und natürliche Fütterung zu liefern. Deswegen haben wir bei LicoNature ein vielseitiges Angebot unterschiedlicher Futterkomponenten, um diese natürliche Ernährung ideal auf Ihr Haustier abzustimmen. Unsere Liebe zu Tieren hört aber nicht bei Hund und Katze auf. Daher kaufen wir unser Fleisch ausschließlich bei zertifizierten Schlachthöfen, die auf eine gute Haltung der Tiere und kurze Transportwege Wert legen. Alle Rohstoffe werden von uns selbst eingekauft und kontrolliert und nur bei einer Top-Qualität auch verarbeitet. Das ist unser frische Versprechen an Sie. Die frisch produzierte Ware liefern wir entweder über unseren Online-Shop direkt zu Ihnen nach Hause, in einen unserer vielen Partner-Futterläden oder in unsere eigenen Lico-Stores. Wir bieten eine breite Auswahl spezieller Barf-Kreationen an, um die besonderen Bedürfnisse Ihres Tieres zu erfüllen. Neben frischem Fleisch haben wir auch Premium-Dosenfutter, natürliche getrocknete Snacks und Nahrungsergänzungsprodukte zur Auswahl. Unsere Mitarbeiter beraten Sie rund um die Produkte persönlich und ausführlich. Probieren darf Ihr Vierbeiner natürlich auch mal. Auf dem Hundeplatz belohne ich meinen Hund am liebsten mit den Snacks von Lico Nature. Am liebsten benutze ich dafür die Rinderlunge. Die Rinderlunge ist halt ein sehr fettarmer Snack und dadurch kann ich meine Hunde viel mehr belohnen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Durch die artgerechte Ernährung mit unseren Produkten wird die Gesundheit Ihres Vierbeiners optimal unterstützt. So bleibt er fit und agil. Barfen mit Lico Nature heißt, Barfen mit Leidenschaft in Manufakturqualität. Egal ob junges Energiebündel, Allergiker oder Senior, bei uns finden Sie für jeden Hund und jede Katze die richtige Mischung. Vertrauen Sie uns. Wir wissen, was wir tun. Lico Nature